Hallo, ich bin Sula und ich bin Studiomanagerin bei Moris. Wenn du mein Türdesign genauso liebst wie mir, dann bist du da am richtigen Ort. Ich finde es schön an meinem Job, dass ich sehr viele persönliche Kundenkontakte habe und dass ich durch die Arbeit sehr viele coole Menschen kennenlernen darf und mit ihnen gemeinsam ihre Wohnung einrichten oder ihr es zu Hause einrichten darf mit vielen coolen, ausgesuchten Design-Produkten. Nebenverkäfen wir auch den Showroom einrichten und auch immer wieder mal ausstellen, dass es gar nicht immer gleich aussieht und informieren uns auch, was es sonst für Trends gibt, was aktuell ist im Moment und was es für coole neue Mündel gibt. Wir freuen uns auf die liebe Wertung! 5. 5. 8. 8. 9.